Leute, die Zukunft von X-Defined scheint rosig zu werden. Ich habe eine Menge Material für euch, eine Menge Bildmaterial. Ich habe vier Mini-Trailer der nächsten vier Maps für euch. Geht mal davon aus, dass die in Season 1 kommen werden. Sprich, in circa fünf Wochen müsste es soweit sein. Ich habe neue Modi, die kommen sollen. Die neuen Fraktionen. Fraktionen kommen ja pro Season immer eine neue Fraktion. Vier neue Waffen, vier neue Maps. Ich habe vier kleine Trailer für die kommenden Maps für euch. Ein kleines Waffen-Mastery-System, was sich da noch ändert, beziehungsweise was dazu kommt. Welche Modi wir bekommen, werden wir fangen. Direkt mal mit dem ersten Mini-Trailer an. Das ist die erste Map, die kommen soll, wahrscheinlich in Season 1. Bunker oder Bunker nennt sich die Map aus dem Ghost Raccoon Breakpoint Universum. Das wird sicherlich eine relativ kleine Map sein. Schreibt gerne schon mal in die Kommentare, wenn ihr mögt, welches sind eure Lieblings-Map aktuell in X-Defined. Ich habe leider, jetzt kommt Daytona aus The Crew, eine Rennstrecken-Map, die ich optisch extrem geil finde. Gab es in einem der letzten Call of Duties auch. Ich glaube, von Singapur die Strecke nachempfunden, die Formel-1-Strecke. Die Map, die fand ich extrem geil. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier in X-Defined auch gut funktionieren könnte. Wie gesagt, schreibt mal rein, welches eure Lieblings-Maps sind. Meine ist aktuell, auch wenn ich nicht weiß, wie sie heißt, mit diesem Flugzeug mitten in der Mitte, was so ein bisschen umwachsen ist. Also die Map mag ich total. Und diese zu kleinen Maps, davon gibt es auch einige, die mag ich überhaupt nicht so. Ist nicht ganz so meins. Dann haben wir, inspiriert aus dem Far Cry Universum, eine Map namens Signal. Sieht optisch auch ultra, ultra stark aus. Und die letzte Map nennt sich Waterfront. Die blende ich euch gleich ein. Die ist ebenfalls aus dem Far Cry New Dawn Universum. Und da kann sich, und das finde ich richtig, richtig geil, wir sind immer noch bei der dritten Map. Gleich geht es mit der vierten weiter. Jetzt geht es mit der letzten. Waterfront nennt sich die, wie gesagt, auch aus dem Far Cry Universum. New Dawn nennt sich, war der Far Cry Teil. Ja, Waterfront heißt es so. Jetzt habe ich mich ein bisschen vermacht in meinem Text. Ich finde das extrem kreativ. Ubisoft hat ja viele, viele Spieltitel herausgebracht. Und so kann sich Ubisoft aus extrem vielen Spielen so ein paar Teile der einzelnen Spiele rausziehen, wo man eine Map draus machen kann. Das kann auf jeden Fall richtig, richtig geil werden. Das wird riesig. Und es geht weiter mit den Spielmodi. Team Deathmatch, lange, lange gefordert. Hätte eigentlich von Anfang an meiner Meinung nach drin sein müssen. Gehen wir mal davon aus, dass Team Deathmatch eines der ersten Modi sein wird, die in Season 1 kommen wird. Ob nur ein neuer Modus kommt oder ob mehrere Modi gleichzeitig kommen, kann ich aktuell nicht sagen. Aber hohem Kurs Team Deathmatch, 2 vs. 2, Infection und Capture the Flag. Muss man, denke ich, nicht viel erklären. Das einzige, wo ein Fehler sein könnte. Ich habe noch eine andere Quelle gefunden, da hieß es 2 vs. 2 vs. 2. Müssen wir mal warten. Was es nun ist? 4 oder 6 Leute, also 2 oder 4 Teams, äh, 3 Teams. Müssen wir mal schauen. Und dann gibt es Änderungen, die kommen sollen am Mastery-System für die Waffen. Also so eine Art Prestige-System für die Waffen. Aktuell können wir ja Bronze, Silber und Gold freischalten. Es soll noch Pristine oder Pristine, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Platinum, also Platin und Aura als allerletzte Form freischaltbar sein. Und die Fraktionen als nächstes Assassin's Creed, Ghost Raccoon Breakpoint. Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht Ghost Raccoon als erste Fraktion, als erste neue Fraktion kommen wird, weil wir ja eine, die Bunker-Map, die ich hier anfänglich gezeigt habe, diese welche, ist ja auch aus dem Breakpoint Ghost Raccoon Universum. Deswegen könnte es natürlich sein, dass in Season 1 Ghost Raccoon im Mittelpunkt als Thema steht. Und dann vielleicht Rainbow Six und Far Cry. Far Cry haben wir aber 2 Maps aus dem Far Cry Universum. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass Far Cry New Dawn als nächstes kommt. Es kann natürlich auch sein, dass von den 4 Maps jeweils eine nur pro Season kommt. Und wie viele Maps da genau, das habe ich jetzt nicht mehr so genau im Kopf. Vielleicht immer nur jeweils eine von denen, die ich euch gezeigt habe. Und noch 3 weitere Maps, die einfach noch nicht geleakt wurden. Müssen wir mal abwarten. Leute, schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wie gesagt, welches sind eure Favorite Maps, wie sind eure Erfahrungen bis jetzt mit X-Define. Ich muss sagen, es macht auf jeden Fall eine Menge Bock. Es gibt eine Menge zu grinden, gerade mit den Silber, Gold und Bronze, Camus und so weiter und allgemein das Freischalten. Es dauert alles schon ziemlich lange, das Leveln, aber ich muss sagen, Langzeitmotivation muss schnell her. So nach 1-2 Stunden habe ich meistens nicht mehr so richtig Lust, weil ich aber auch meistens viel zu spät zum Zocken komme. Das ist meine persönliche Präferenz. Aber ansonsten muss ich sagen, wenn man die Settings für sich gefunden hat, wer übrigens seine richtigen Settings fürs Aiming noch nicht gefunden hat, schaut eines meiner letzten Videos. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Ich habe da schon gutes, positives Feedback bekommen. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist effektiv. Wenn die Aim-Settings von Anfang an nicht passen, macht das Spiel auch keinen Bock. Und mit den richtigen Settings macht es schon Laune. Wie sieht es bei euch aus mit der langen Zeit? Motivation. Ich kriege langsam Wortfindungsstörungen. Deswegen beende ich am besten jetzt das Video. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.